Fakti, wir schauen die hier oben auf der hochhaus. Die sind hier in der Nähe. Oh mein Gott, ja. Ja, bei mir zwei. Oh, ich renne ihn genau rein. Ja, ja, ich sehe ihn. Ja. Der eine ist nach rechts weg gelaufen. Ja. Geht wieder zurück. Geht ein bisschen nach vorne. Auf einem... Was? Alter. Er hat einen Headshot gekriegt und hatte 20 AP noch. Ja. Ja. Wissen, was er macht? Ja. 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 Gewonnen! So, the 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 Das war's. Das war's. Was? Was war denn? Was ist denn mit den falsch? Oh mein Gott. Ist der Gilly so OP? Anscheinend, Alter. Die sehen mich... Die haben mich direkt angeguckt. Oh Mann, der war so low. 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 Oh Mann. Es ist so schief... Ist durch die Zone gestorben. 777 Punkte. Wir hätten auch hinfahren können. Ich dachte du hältst nur an und dann auf mir. Dann nehme ich mir jetzt erstmal das Motorrad. Dann bin ich schneller da. Willst du mich verarschen? Was? Stirb nicht? Ich sag nach ihm, ich bin schneller da. Wurde ich nicht eben von links? Der linke ist ausgenockt. Ah ok. Der rechte steht noch. Der läuft rüber. Ohohohohohohoho. Jaja. Ich, ich, umlauf. Ich mache das, ganz sicher. Ich mache den그. Ich mache das hier. Ja, läuft links, läuft links Oh, ja Oh, 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 tot Das ist jetzt grad nicht passiert, oder? Rechts ist noch einer Und dem Stein hinterm, am Baum Ja Ja, aber der wird halt gut sein Ball Ja, aber der wird halt gut sein